Mein Name ist Rolf Beu, 59 Jahre alt, Gründungsmitglied der Grünen, langjährig kommunalpolitisch aktiv und beschäftigt beim Studierendenwerk Bonn, seit 2012 nun Mitglied im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Eine Politik für und mit den Menschen dieses Landes beginnt vor Ort bei lokalen Projekten, bei lokalen Initiativen, dafür standen die Grünen, dafür stehen die Grünen, dafür stehe ist. Ich setze mich ein für eine moderne Verkehrspolitik, für die umweltfreundlichsten Verkehrsmittel, für Bus, Bahn, Rad und E-Mobilität und deren Förderung, für günstige Preise und übersichtliche Tarife. Dann ziehe ich mir andere Schuhe an, gehe wandern, beispielsweise im Siebengebirge, dem ältesten Naturpark Deutschlands, mit Weinbergen, den nördlichsten am Mittelrheintal, unmittelbar vor den Toren Bonns. Meine Vision von Nordrhein-Westfalen ist die eines weltoffenen, toleranten und solidaristen Bundeslandes. NRW als Bahnland Nummer 1, NRW als Land der erneuerbaren Energien, NRW als ein Land, wo Ökologie und Ökonomie nicht mehr als Gegensatz aufgefasst werden können. Die Ausonomie nicht mehr als E-Mobilität, sondern ohne Durchsäuze und öffentliche Ent criterium und Ökonomie nicht mehr als Änderung, sondern ohne Unterrichtung, sondern ohne Unterrichtung, sondern auch mit Ihrem Eisenbach, Para uns linken Vorbergang Balkon, sondern ohne Unterrichtung, oder auch mit Ihrem Eisenbach,